Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Infamous. Bevor ich irgendwas mache, mache ich erstmal Kräfte. Habe ich noch nicht. Erworben. Könnte ich noch irgendwas für 800 kaufen? Nö. Hm? Elektrofesseln. Der Betrüger. Mhm. Ja, Louis, den Park hat sich als Spaziergänger getarrt. Ja, wo denn? Ah, im Park. Ja, durchs Wasser sollte ich nicht. Heilen. Wo bist du? Wo ist er denn hin? Wah! Ha, 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 ha! Habe ich... Habe ich dich gekillt? Wann bist du eigentlich besiegt? So, da. Aufgebrachte Menge? Wo bist du? Raudi. Raudi. Heißt, es müsste auch eine gute Mission dafür geben. Er, was ist anders? Er, was ist anders? Oh, was ist anders? Oh Dann mache ich eben die Warum mir eine böse angezeigt wird, aber keine gute, ist mir rätselhaft Oh Dass eine Explosionsstärbel war, habe ich gar nicht gesehen BAM Toll, jetzt wird sie nicht mehr angezeigt oder was? Eben war da die gute Mission BAM 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 Jetzt Ähm, ausweichen schickt sich nicht Juhu Da war ich doch eben Äh, dass sie eben was zum Leben auffüllen Anscheinend nicht Mission starten Es geht das Gerücht um, dass die Reaper ein Kurier durch dieses Gebiet schicken Prüfen sie das Okay Okay Na, wo bist du? Dreh dich um Dreh dich um Da bist du Na, geh weiter, geh weiter, geh weiter Auch Dreh dich um Dreh sich um Dreh dich um Dreh dich um Na, du erwischst mich nicht. Ich hole mir jetzt mal das Paket ab. Danke für die Explosionscheiben. Flupp. Und schon sind wieder welche eingegesselt. Aber wenn die Dinge so weiterlaufen, ist der Markt für meine Batterien gleich null. Die Leute mögen keine Angeber-Call. Klinischer Angriff. What the fuck? Damn it! Hey, hey, hey. Wo bist du? Bumm. Bumm. Scharf schützen. Und jetzt wieder dahin rennen. Und zwar Krabbit. Und bin fast da. So. So, wer war das? Aha. Jetzt stirb. Fesseln. Was? Noch einer? Danke für die Info. Was? WTF? Wo kam das denn her? Ja. Ja, wo ungefähr könnte es sein? Ich muss auf jeden Fall auf so ein Plakat achten. Und ich höre hier was anderes auf. Noch. Cole, Ehmann. Audio-Laufwerk sammeln. Wurde heute Kessler vorgestellt. Er hat so ein Metallgerät am rechten Arm und ein zernabtes Gesicht. Vermutlich zum Unfall. Einer der anderen Wachen hat erzählt, Kessler sei seit Jahrzehnten Anführer der Erstgeborenen, würde aber immer wieder längere Zeit verschwinden. Erster Eindruck? Kessler ist ein echter Fanatiker. Er hat einen Plan und wird ihn ausführen. Wir müssen vielleicht früher gegen ihn angehen als geplant. Ich glaube, ich habe hier das Versteck gefunden. Aufheben. Jo. Und da es hier noch eine Explosionsscheibe ist. Und zurück zu der Mission. Jo. 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 Ich hatte eine Klinik dort am Brunnen, aber die Reaper haben sie zerstört. Sie müssen etwas gegen sie unternehmen. Okay, das werde ich tun. Wo bist du? Ja, ich brauche Leben. Wo seid ihr? Da komme ich eben zu euch hoch. Ja. Nein. Ihr überstrapaziert meine Länge des Videos. Hahaha. Wo warst du hin? Warum lagst du so? Was war das denn für ein Lag? Aha. Stirb. Warum lässt du sie nicht treffen? Und warum hat es eben so richtig stark geleckt? Warum? Okay, ich mache es um hinten rum. Hehehe. Hehehehe. 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 So. Hehehehe. Ein Fußtritt ins Gesicht. Für dich. Reaper. Hehehehe. 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 Hehehehe.